Das ist Porsche, ich bin Tyron Ricketts. Was ich Ihnen? Was ist nicht wichtig, was Sie unter der Hütte? All Sie sich über die Fahrt geht, was Sie von A zu B? In diesem Fall, nichts für Sie hier ist. So, was ich Ihnen jetzt? Was ich Ihnen jetzt ein Statement auf vier Rheeres? Für 55 Jahre, es ist die epitome der Sporty-Driving. Lied, stark und selbst-vollziehbar. Aber es ist nicht für Show-Offs. Das ist nicht in dieser Fahrt zu machen, dass es sich größer oder besser ist. Das ist nicht in dieser Fahrt zu machen. Das ist sicher, dass es nicht nur deine Persönlichkeit hat, sondern auch deine Leben hat. Die 911 ist eine der Welt's few, truly iconic Automotive Designs. Es ist immediately recognizable, even wenn Sie nur ihre Silhouette sehen. Und das ist auch für dieses neue Modell. Es ist eine Timeless Maschine. Es ist eine Timeless Maschine. Die neue 911 hat die gleiche Maschine, aber es ist auch langer und wider als vorher. Und es hat größere Maschine in der Backen als in der Fronten. Das macht es sogar noch mehr Compact und Sporty. Whether Sie wählen Rear-Wheel oder 4-Wheel-Driving, es ist nur eine Body-Shape. Die einzige Unterschiede zwischen den beiden sind die Slats auf der Air Inlet. Die Slats von der 4-Wheel-Driving model sind chrome-blatet. Die Rear-Lite, die Größe der Width der Fahrt, sind auch cool. Every neue 911 hat diese Funktion. Die Fronten-Head-Lite sind jetzt zu einem starken Angeln, wie die in den früheren Modellen. Und die interior ist illuminiert, mit der latest LED-Matrix-Technologie. Die Digital-Dashboard still features an Analog-Tachometer. In diesem regard, Porsche bleibt wahr, die Geschichte und Tradition. Sie sollten nicht immer noch die Features, die immer noch positive sind. Es ist mehr wichtig, zu adjusten Details. Das ist die größte Teil des Automotiv-Designes und Entwicklung. Das ist warum die Porsche Wet-Mode war entwickelt, für die Fahrer in die Wettbewerbe. Die Wettbewerbe kann auch schwierig sein. Jeder kennt das. Und jeder, der eine Porsche 11-Modelle hat, die diese Fahrer hat einen Charakteristik wie keine andere. Eine der Grund für das ist, dass die Fahrer ist hinter der Rear-Achle. Es ist eine spezielle Art von Fahrer. Du musst es auf den Wettbewerben. Für diese Wett-Mode, unsere Engenheer installiert die Fahrer-Achlegeräte in den Wheel-Arches. Sie sehen und sehen die Sprachen-Water. Depending auf die Wettbewerbe, die Fahrer-Achlegeräte die Fahrer-Achlegeräte, kann die Fahrer-Achlegeräte intelligently adjusten, die Fahrer-Achlegeräte zu einem Flatter-Achlegeräte, und regeln die ASR und ABS. The engineers only made a few changes to the engine. One of them involves the injection method. All in all, this Carrera 4S has 450 horsepower. It accelerates better and is more efficient. Oh, and one more thing. Even with its auto-particular filter, the car still sounds like an 11. And to bring that power to the road, it now has a new 8-speed dual-clutch gearbox. Here in Zuffenhausen is where the new 911 gets its new transmission. For drivers that means enhanced performance, more comfort and even more efficiency. Starting up and shifting gears can now be done more harmoniously. Shifting gears is so quick you can hardly feel it. The engineers made it possible by improving the clutch changes when shifting gears. And with the help of even more intelligent software, the sixth gear is still the top speed gear. It's a high-powered computer with gear wheels. Might be just the thing you're looking for, eh? And anybody who has ever driven a Porsche 911 knows that this car has driving characteristics like no other. There's more about the 911 on Porsche News TV. To be continued... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020